Hallo da, herzlich willkommen zum 64. Teil meines Lego Coruscant Mox. Heute werde ich den Bau der Fundamenterhöhung endlich abschließen. Bevor ich aber loslege, würde ich gerne Werbung für den Kanal JF Mox Stories machen. Das ist ein neuer Kanal von Joyforce für diejenigen, die sie kennen. Ja, was soll ich sagen? Ich würde diesen Kanal jedem empfehlen, der geile Lego Star Wars Mox Updates mag. Darum schaut dort gerne vorbei und vergisst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Aber ja, back zu meinem Mock. Ich habe diese Woche die Straße endlich befließt. Wir haben sämtliche Fliesen draufgeklemmt mit den dazugehörigen Mustern. Der einzige Bereich, der noch nicht erhöht wurde, ist dieser hier. Diesen Bereich werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten 4-5 Monaten nicht erhöhen. Das bleibt erstmal so. Zuerst werden wir den Outlander Club bauen und irgendwann mal, wenn wir die Arbeiten abgeschlossen haben und ungefähre Gabareten des Ganzen hier kennen, können wir uns mit dem Entwerfen von diesem Abschnitt hier beschäftigen. Genau. Was ich aber gemacht habe, ist schon mal die Minifiguren und die Fahrzeuge drauf platzieren. Durch diese Fundamenterhöhung, wie gesagt, ist ja diese Straße nun nicht nur eben, sondern stabil. Sie kann jetzt das Gewicht von Fahrzeugen und Minifiguren tragen, trotz des Überhangs. Und ich habe jetzt diese beiden Imperial Marauders draufgestellt. Dachte, das sind zwei sehr passende Fahrzeuge für diese Szene. Wir haben hier in der Gasse ja Vader, der gegen Mace Windu kämpft, während ein paar Rebellen von Shock Troopern erschossen werden. Und da hat es für mich Sinn gemacht, eben diesen Straßenabschnitt komplett durch imperiale Truppen abzusperren, sowie Truppentransporter draufzustellen, die eben ganze Squads an Sturmtruppen hierhin bringen. Und ich glaube, das ist mir ästhetisch recht gut gelungen. Natürlich, traditionell, die ganzen Kanonen sind auf die Demonstranten gerichtet. Das Einzige, was hier noch fällt, sind ein paar Minifiguren. Einerseits muss ich mal die Rebellen bauen und aufstellen, die in Kürze erschossen werden. Gleichzeitig haben wir hier ein paar Sturmtruppen, aber sicherlich noch zu wenige. Die befinden sich jetzt blöderweise an einem anderen Ort, von wo aus ich die erstmal holen muss. Auf jeden Fall möchte ich aber diesen ganzen Platz hier mit denen noch füllen, der Ästhetik wegen. Vorne haben wir eben diesen Offizier, der den Schießungsbefehl gibt und die Schocktruppen, die diesen ausführen. Abwechslungshalber habe ich hier so einen gelben Sturmtrupper gemacht. Ich glaube, der ist für Mörser zuständig, whatever. Vielleicht werde ich den ja ersetzen durch einen richtigen Commander. Also diese regulären Sturmtrupper mit einem orangenen Poldron. Aber however, das wäre so die Szene. Zu guter Letzt, was ich noch gemacht habe ist, erinnert euch bestimmt ja an dieses Werbeschild. Dieses wurde ja mal von mir im Oktober oder so gebaut. Ich habe es jetzt nun wieder an die Mauer geklemmt, damit wirklich dieses Modul, diese Seite vollständig ist. Das Ding ist nur, dieses Werbeschild gefällt mir irgendwie nicht. Es scheint mir zu groß für diese Stelle zu sein, darum überlege es mir, dieses Werbeschild in die unteren Ebenen von Coruscant zu verlagern, während wir an dieser Stelle irgendetwas Kleineres und Übersichtliches bauen. Aber ja, das sind nur meine Gedanken zum Ganzen. Wann ich das und wie ich das konkret umsetze, habe ich mir bis dato überhaupt nicht überlegt. Ja, nun sind wir eigentlich am Ende des Updates angekommen, war mal ein kurzes dieses Mal. Nächste Woche fangen wir mit einem riesigen Projekt an und zwar mit dem Outlander Club. Das wird wirklich etwas hochkomplexer sein, was wir jetzt im Laufe der nächsten 4, 5, 6 Monate bauen werden, bis es dann wirklich so aussieht, wie es auszusehen hat. Aber ja, mehr dazu gibt es dann nächste Woche. An der Stelle verabschiede ich mich, like das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche.